So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und heute um 10 gab es das Video mit dem Mannshaulwurf, so wie gestern angekündigt. Und Mannshaulwurf hat sein Video auch gestern Abend rausgebracht noch, das habe ich dann auch verlinkt unter meinem Video. Wer das nicht gesehen hat, kann es sich ja mal angucken, aber ich würde sagen, guckt es euch nicht an, das ist richtig eklig und pervers. Wir haben da Hundefutter und Katzenfutter getestet, ja. Ja, und bitte nicht zu Hause nachmachen. Wenn ihr eine Katze habt, dann esst lieber die Katze anstatt das Katzenfutter, das ist bestimmt leckerer. Und jetzt möchte ich was machen, mir ist nämlich einer aufgefallen in meiner Liste. Das ist hier dieser Influencer, nee, der Exfluencer, der ist schon seit 10 Tagen bei mir da drin, schickt kein Geschenk mehr, nimmt kein Geschenk an, öffnet nichts, keine Ahnung. Und den hätte ich eigentlich schon längst gelöscht, aber der hat einen Punkt dran und den Punkt hat er deshalb dran, weil das einer ist, der über den Empfehlungscode mal reingekommen ist und wo es hier noch Pokémon-Belohnungen gibt zum Abholen. Und jetzt wollte ich nicht einfach das Abholen und den rauslöschen. Ich habe gedacht, wenn ich schon Belohnungen abhole, dann hole ich gleich wieder alle ab. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich Belohnungen abgeholt habe. Das hat ein bisschen gedauert und ich werde jetzt nochmal alle Accounts durchgehen, die über den Empfehlungscode kamen. Ihr seht ja Hannes Ramses, I am the Ramses, King Ramses, The Force, Shiny X-Hunter und the Exfluencer sind jetzt die Accounts. Die sind auch aktiv, die spielen regelmäßig, der Exfluencer nicht. Deswegen den werden wir jetzt zuerst abholen, gucken was da also alles drin ist. Hier gibt es schon wieder Sticker, kann man ja nicht genug haben, hier gibt es einen Rauch. Hier dann Pokémon, werden die Pokémon auch bewerten, werden gucken, ob da was Gutes dabei ist oder nicht. Ihr seht auch den neuen Hintergrund, also das neue, das tolle neue Wetter. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ich habe nur noch 91 Bälle. Deswegen muss ich mich mit dem Fang eigentlich mal ein bisschen jetzt hier, damit ich überhaupt die alle noch hier reinkriege. Was lustig ist, wenn ihr alle Belohnungen auf der ersten Seite fertig habt, dann gibt es sogar eine zweite Seite. Das wissen die meisten Leute noch gar nicht. Was auf der ersten Seite alles so abgeht, das weiß man ungefähr. Aber auf der zweiten Seite habe ich gar keinen Plan. Und ich finde es immer noch richtig kacke, dass wenn man was gefangen hat, man wieder komplett rausfliegt und man wieder direkt dahin zurück muss. Es wäre viel schöner, wenn ihr gefangen habt und seid direkt wieder bei eurem Freund bei den Belohnungen. Glurak wird ein bisschen tricky natürlich, den immer zu bekommen. Aber wir werden ihn immer versuchen mit silberner Beere zu fangen, damit wir auch schön Bonbons mitnehmen können von dem Typ. So, ansonsten, weiß ich nicht. Am besten auf großartig gehen. Ey, das ist wieder mal, hier ist es komplett flüssig und gechillt. Und hier aber in der Übertragung auf dem PC kommt es wieder total stockig an. Hildburghausen 1202 kann theoretisch weg, beziehungsweise ist was, was man dann auch einfach wieder tauschen kann. Und man geht wieder rein, man gibt wieder den Punkt ein, man sucht sich wieder den Exfluencer. Und dann kann ich den auch endlich aus der Liste rausnehmen und habe schon wieder einen Platz für einen anderen frei. Ist auch jetzt hier die letzte Belohnung. Mehr gab es dann nicht. Flampion. Hm, das ist auf jeden Fall ein ultra seltenes Pokémon, was ihr unbedingt mitnehmen müsstet. Einer hat letztens geschrieben, er hat aus dieser, äh, Empfehlungsbelohnung ein 100er Flampion bekommen. Was natürlich eine feine Sache ist. Wir haben bestimmt kein Glück hier. Ich habe aber schon ein 100er Flampion, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Und jetzt können wir endlich den Exfluencer von seinem Leid erlösen. Gibt es halt keine Bonbons, keine Brutmaschinen. Oh mein Gott, so viele coole Sachen. Wir packen den jetzt raus, ich werde jetzt nicht bis heute Abend warten, denn das ist so lange gewesen, dass da einfach gar nichts ging. Also packen wir den einfach direkt raus. Hannes Ramses haben wir hier. Hier seht ihr, da gibt es eine Brutmaschine. Da gibt es diese 5 Brutmaschinen. Hier gibt es 10 Bonbons. Hier gibt es Rauch. Hier gibt es, äh, Megaenergie. Die Kando-Goldmedaille haben wir noch nicht. Verdiene, gewinne 100 Raids. Alter. Brüde 100 Eier aus. Gewinne 100 Trainerkämpfe in der Go-Kampf-Liga. Das ist auf der ersten Seite sicher. Ist das so krass gewesen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Capuno, daran kann ich mich aber erinnern. Da können wir auch mal eine gelbe Beere nehmen. Capuno sowieso, seltenes Pokémon. Nimmt man natürlich gerne die Bonbons auch mit. Werden wir dann natürlich auch gleich bewerten, uns angucken. Es bringt jetzt auch nichts, wenn ihr das mit dem Schnellfang-Trick fangt. Denn wenn ihr es mit dem Schnellfang-Trick fangen wollt und nicht seht, ist das jetzt drin oder nicht, dann müsst ihr 20 Mal in das Menü, weil es gar nicht drin war und ihr einfach geflohen seid. Also ist es das Beste. Toll. 10, 10, 10. Ist es das Beste. Ihr guckt euch das wirklich so an. Guckt euch die Animation an und seid auf der sicheren Seite. So, das ist alles weg. Ach, das ist aber schön. Die Sachen, die also abgeschlossen sind, verschwinden aus dieser Liste und stehen nicht mehr als Aufgabe erledigt drin. Das war, glaube ich, nicht immer so, oder? Sonst war doch immer die komplette Liste immer noch da. Und jetzt verschwinden die fertig erlegten Aufgaben, erledigten Aufgaben. Finde ich auf jeden Fall besser, ist auch übersichtlicher. Geroni hat es hier noch mitgenommen. So kann man einfach zu Hause sitzen und gemütlich fangen. Du alter Cheater, du sitzt zu Hause und fängst Pokémon. Ist ja nicht so, dass da um den Stop herum sowieso ein bisschen ungeziefer rumschwirbt. Jetzt müsste das auch weg sein. Und es sind nur noch diese heftig krassen Aufgaben da. Aber 15.000 Staub, 20.000, 10 Brutmaschinen, 30 Bonbons. Das ist auf jeden Fall eine heftige Marke. Mal gucken, ob das noch erreicht wird. Ja, Kaumalad, gut. Ist doch jetzt gut, hör doch jetzt mal auf. Es reicht doch langsam. Kaumalad hat natürlich auch sein CD gehabt. Ihr seht hier auch das Shiny Kaumalad, was eingeblendet ist. Weil der Schilling 3 eben die Raid Mania gewonnen hat. Ich muss es immer wieder dazu sagen. Ist sogar gar nicht so schlecht. Aber geht trotzdem besser. Wir warten wieder 10 Jahre. Ey, es ist so Hölle. Wenn ich mit meinen mobilen Daten spielen würde, wäre alles super. Ich muss aber immer übers WLAN spielen, dass ich den Bildschirm übertragen kann. Wir gehen mal auf King Ramses The Four. Den I Am The Ramses möchte ich mir bis zum Schluss aufheben. Hier sind komischerweise wieder die erledigten Aufgaben noch da. Jetzt habe ich aber hier wieder einen Raid Pass. Ich habe hier Stigger. Ich habe hier Stigger. Ich habe hier Rauch. Hier, was ist das denn? Da steht nichts von wegen hier macht 10.000 Liga Kämpfe und sonst was. War das schon die zweite Seite? Und das ist noch die erste. Hier steht nur 30 Tage hintereinander Pogestopp. Überkumpel, also sehr merkwürdig. Aber die Belohnungen, die da kommen, sind auch alle die gewesen, die man sonst auf der ersten auch hatte. Ich verstehe das nicht. Hauptsache, dass Bisa Floor wirft den Ball für mich, weil ich nicht das richtige Timing jetzt hatte. Ich dachte, auf der zweiten Seite sind eigentlich nur vier Aufgaben. Da war doch jetzt auch ein ganzer Klotz. Und der Klotz nimmt ab. Und hier nimmt der Klotz nicht ab. Ich verstehe das nicht. Ich habe da keinen Durchblick bei Niantic, was da bei denen abgeht in den Köpfen drin. So. King Ramses. The Force. Genau. Aufgabe erledigt. Warum? Warum steht da Aufgabe erledigt da? Und bei dem anderen nicht. Also wieso geht es bei dem anderen weg und hier geht es nicht weg? Was habe ich gesagt? Ich muss auf die Bälle achten. Genau. Ungefähr so. Und man wirft Rotzeln daneben. Aber das Porennen da nehmen wir natürlich auch mit. Das ist ja so schick. Guckt es euch an, wie schick das ist. Das Gute ist, es sind wenigstens gelbe Bälle. Hätte ich jetzt nur 80 rote Bälle, dann wäre es natürlich schwieriger. Es sind sowieso gelbe. Ja, das ist auch schlecht. Und wir gehen wieder rein. Und wir suchen uns wieder raus. Was komplett doof ist. Und man einfach viel sinnvoller hätte lösen können. Vor allem wenn wir noch eine Stunde hier hängen und muss warten, bis es überhaupt die Freundschaftsliste geladen hat. Was natürlich jetzt aber im Internet bei mir liegen kann. Warum steht überall Aufgabe erledigt? Wieso sind die nicht weg? Wieso war es bei dem anderen weg? Und es sind doch trotzdem die gleichen Belohnungen. Capuno, Porrenda, Kaumalat. Flampion, Glurak. Das sind doch alles Sachen von der ersten Seite. Ich verstehe es nicht. Wenn da jetzt plötzlich ein Milzer auftaucht, dann würde ich sagen, oh, Milzer habe ich jetzt vergessen, das zu bewerten. Capuno. Muss man natürlich nachgucken. Das ist wichtig. Es geht um die Wurst. Meinen täglichen Raidpass habe ich heute auch schon gemacht. Da war, als ich aufgestanden bin, hier an der Heimarena an den Stolpersteinen, nämlich ein Raid. Den habe ich direkt mitgenommen. Jojo hat auch mitgemacht. Grüße gehen raus. So, jetzt sind hier auch alle Sachen fertig. Auf der ersten Seite. Hier sind die Sachen fertig, aber wohl auf der zweiten Seite und sind verschwunden, nachdem ich die angetippt habe. So, Shiny Handa ist noch drin. Gucken wir mal an, wie es da aussieht. Ihr habt hier wieder Brutmaschine. Ihr habt hier Brutmaschinen. Hier steht aber auch Gewinne. 100 Raids, 100 Trainerkämpfe, 100 Eier, 30 Sonderbonbons. Also ist das jetzt wieder die zweite Seite. Und wenn ich da jetzt was mache und wieder draufgehe, dann verschwinden die wieder. Hä? Und trotzdem Capuno drin. Also gut, die Belohnungen scheinen nicht so... Also die Itembelohnungen finde ich auf jeden Fall mega krass. Aber die Pokémonbelohnungen scheinen sich sehr stark zu wiederholen. Also auf der ersten und zweiten Seite. Wenn das die zweite Seite ist, weiß ich nicht. Ich blicke immer noch nicht durch. So, habt ihr jemanden, der über den Empfehlungscode euch geedit hat, mit dem ihr weiter levelt und spielt, wo ihr die zweite Seite erreicht habt? Ja? Nein? Und was sind bei euch für Aufgaben? Die krassen oder die nicht so krassen? So, jetzt gehen wir hin. Und ihr seht... Es ist viel übersichtlicher. Es ist viel übersichtlicher. Es ist theoretisch alles weg. Plus nur noch die Sachen, die wir jetzt noch abholen müssen, die zwei. Ich verstehe es nicht. Das ergibt für mich alles gar keinen Sinn. Aber es muss es ja auch nicht, Ramses. Hol es einfach ab. Ich glaube übrigens sowieso, dass der Gabriel, also der Krypto-Saphir, derjenige ist, der da am weitesten ist, am aktivsten ist und am meisten da richtig drauf geht. Deswegen möchte ich den mir auch dann am Schluss angucken und am Schluss abholen. Das ist nämlich I am the Ramses. Seitdem er diesen Account hat, lädt er auch immer mit I am the Ramses in der Raid Mania ein. So. Und ihr seht, es ist ordentlich aufgeräumt. Die eine Aufgabe ist weg von eben. Und es sind jetzt dann nur noch genau diese drei Sachen übrig. Die nochmal mega krass sind. Wo ich mal gucken will, ob das erreicht wird. Nein. Ich weiß ja nie, wer über den Empfehlungscode edit und wer nicht. Also wenn oben steht hier einer, was wieder einen Push auf die Medaille gegeben, steht ja nicht dabei, wie der Name ist. Deswegen weißt du bei den Freundschaftsanfragen immer nicht, wer edit normal oder wer kommt über die Empfehlung rein. Ich sehe es dann immer erst, wenn ich jemanden angenommen habe, der inaktiv ist, ich den löschen will, dass da plötzlich Belohnungen drunter stehen. Und dann weiß ich, aha, weißt du Bescheid. Also wir gucken nochmal hier. Es sind genau diese vier Sachen da. Es sind dann bei Shiny Hunter auch diese... Nur noch drei Sachen da. Aufgabe erledigt. Sind das die restlichen Sachen von der letzten Seite plus dann das... Ich mach gar nichts, warte mal. Das ist Staub und Brutmaschine. Das heißt, verdiene die Kanto-Gold-Medaille ist da fertig gewesen und bleibt aber auch da stehen. Weil das die zweite Seite ist. Und alles, was wir da weggenommen haben, waren noch Reste von der ersten. Haben die das jetzt zusammengelegt oder wie? Und King Ramses, The Force, der hat noch komplett die erste und noch nix von der zweiten. Obwohl sie das... Ich blick da auf jeden Fall nicht durch, egal. Wir gehen jetzt hier zum Gabriel und gucken da mal drauf. Da müsste es ja dann auch so aussehen. Genau. Brüde 100 Eier, gewinne 100 Raids, 100 Trainerkämpfe. Plus eben dann das, was wir eben hatten mit den 30 Bonbons und eine Belohnung mit... Was? Kaumalad? Geronimatz. Das Kaumalad Geronimatz. Da wisst ihr Bescheid. Also hab ich jetzt drei Leute, die diese hunderte Aufgaben noch machen müssen. Oder auf dem Weg dahin sind. 100 Trainerkämpfe. Ich mein 100 Raids, das kommt mit der Zeit. Man macht ja eh meistens den täglichen Raidpass weg bei den Sachen. So, das ist auch 10, 10, 10. Auch richtig schlecht. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein, ob die Aufgaben da jetzt auch weg sind. So. Also das eine ist weg. Und das andere zeigt es noch an. Ich verstehe es nicht. Ich blick da nicht durch. 35.000 Staub da noch zum Abholen, wenn das noch fertig ist. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Also ich glaube, das war es jetzt. Das waren einfach kurz fix die Belohnungen von den Empfehlungsquote-Accounts, die ich jetzt noch drauf habe. Sind nicht mehr so viele, wie ihr seht. Viele haben sich nicht gehalten. Viele sind da abgebrochen. Haben nicht durchgezogen. Sollten sie ja auch nicht. Also eigentlich dient es ja nur dazu, die Medaille zu pushen. Grüße gehen raus an Young. Zu Superfreunden aufgestiegen. Aber manche haben das wirklich, als sie den Account hatten, genommen. Und haben mit diesem Account dann einfach Gas gegeben nochmal. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Mal gucken, wer der Erste ist, bei dem auch die letzten Aufgaben jetzt fertig sind und wo man komplett durch ist und was dann passiert. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und danke an jeden, der immer in der Vergangenheit über den Empfehlungsquote geedit hat. Ist jetzt nicht mehr nötig. Die Medaille ist auf Platin. Wer das trotzdem noch machen möchte, weil er einfach Spaß dran hat und dass wir die Belohnungen immer mal uns angucken und abholen, kann das gerne noch tun. Empfehlungsquote steht weiterhin in der Beschreibung. Zusätzlich zum Trainercode. Ansonsten sehen wir uns heute Abend bei Flampion Raids für Zuschauer und Desmota Raids für Zuschauer. Beides in einer Folge. Da gibt es dann wieder zwei Codes. Peace out. Vorhaut. 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 Vorhaut.